Kommt ein Hoden geflogen, setzt sich nieder auf deinen Fuß, hat im sehr kleinen Zettel von deiner Mutter ein Gruß. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Happy Wheels! It's time to derp! Ja, jetzt geh ich mal wieder die etwas cooleren Level durch, die voll krassen. Was hatten wir denn da als letztes? Happy Green Hills des Todes, die ich überhaupt nicht mochte. Gucken wir uns die nochmal an. Ich bin mir ja nicht sicher. Ich wollte da mal besser durch. Nee, ja, nein, ich lasse das lieber. Warte, ich will raus hier. Ich will wieder raus, ich will wieder raus, ich will wieder raus. Ich will wieder raus. Was? Nein, ich habe nicht geweint. Ich setze mich mal besser hin. Laboratory 1. Kannst du durch die Entrance zum Laboratory leben? Okay, you will and will you survive to the inner part. I will continue work on this map, but because of the brick limit, it will be in another map. So stay tuned for part 2. 13 Milliarden Trillionen Menschen haben das gespielt. Ich will auch, ich will auch. Oh, Opa, Opa ist wieder dran. Yey, Opa im Forschungslabor. Scheiße, was denn da... Eine Opa-Verarbeitungsmaschine. Das ist ja cool. Ähm... Gib Gummi. Gib Gummi, Opa. Gib Gummi. Wuhu. Okay. Sehr erfolgreich. Ah, es ist ein Roboter, der mich töten will. Ein Kind und ein Roboter. Ah, er will mich töten, er will mich töten, er will mich töten. Äh, Mine. Die Arme brauchten wir nicht, aber den Kopf leider doch. Verdammter Mist. Fahr doch, Fahr, Opa, Fahr. Leg ein bisschen Tempo zu. Oh, langsam. Was ist das hier? Ach, mir geht's gut, mir geht's gut. Nichts passiert. Oh, oh. Killer-Roboter, Killer-Roboter. Ah! Mine! Mine! Kraft! Hat ein Ende. Meine Kraft hat ein Ende, mein Jung. Los, leg mal ein bisschen zu, Opa. Wir sind hier im Norden, da wird nicht geschwächelt. Der wird gestorben, wenn man gestorben soll, tut und tut soll, dann ist... Du brauchst deine Beine nicht. Lass doch jetzt mal den Roboter in Ruhe, Opa. Hier, da, die Minen, da, Aua. Jetzt hat er sich da festgebackt, die olle Sau. Ich glaub, es geht los, Mann. Leg mal uns an Schuh hier. Ist doch nicht mehr heilig hier. Ja, ja, gleich um... Ach, verdammte Scheiße. Verdammter Mist. Opa hat Fleischverarbeitungsmaschine. So, Kinder, kommt das Fleisch in den Burger bei McDonald's. Schliffen. Oh, oh, vorsichtig. Oh, mein Bein! Oh, mein Kopf! Oh, nein! Was ist das denn für eine Pussy? Oh, mein Kopf ist explodiert. Ich kann nicht weiterfahren. Äh, solange dein Herz noch rollt, ja? Geht das Spiel weiter, Opa. Oder auch nicht. So. Jetzt hab dich mal nicht so. Mach ja schon. Hui, guck mal, wie ich fliege. Oh, ich halte. Hui, Kopf. Ich halte. Oh, ich halte. Aua. Wie der jedes Mal einfach aufgibt, wenn ihm so ein Kopf fehlt. Ey, ich meine, das ist doch unmöglich. Also, früher hat sowas nicht gegeben. So, erstmal schön ordentlich die Beine amputiert, wie es sich gehört. Ja? Ich will hier keine Klagen hören, Opa. Nee, das brauchst du nicht. Na, vorsichtig. Vorsichtig. Fährst du jetzt hier weiter? Bist du anständig? Nein. Hörst du auf zu bluten? Hörst du wohl auf zu bluten? Ach, guck, da ist der Souvenir noch mitgenommen. Oh, oh. Vorsichtig. Das ist ja ein cooles Level. Das ist ja geschickt gemacht. Oh, überlebt. Yay. Opa lebt noch. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Ja, er lebt noch. Opa lebt noch. Exit to the menu. Next one, please. Give me something good. Gut Bus Extreme. Heavily tested with all characters. Spacebar grabs onto the inside of the bus. Helping you stay inside. Use bearingly. Grapping alters the physics and causes of the spectrality. Feel free to make new versions. And vehicles. Change charms. Give credit to here if. In credits if you credit credit even. Los geht's. Diesmal spielen wir mit, 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 mit. Pogo Boy. Ähm, shit. Boing. Kann ich da, kann ich bitte raus? Ne, 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 ne. Mit der Spacebar kann er sich festhalten? Okay. Hui. Wusste ich nicht. Wah. Hilfe. Ich hol mein Auto. Wow, das ist Burnout Paradise. Cool. Wow. Wow, 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 wow. Wow. Wieso schreiten der so? Dem geht's doch noch gut. Jetzt nicht mehr. Jetzt fehlt ihm sein Kopf. Aber gerade eben ging's ihm noch gut. Ich glaube, die Pogostanke ist mir so, hey, da wäre das Ziel gewesen. Da, ha, ein Auge. Da ist ihm aber ein großes Auge aus dem Kopf gefloppt. Äh, aber mit dem Charakter geht's doch ganz gut. Schwissen. Und runter da. Rein, durch, rein, da. Komm schon, Günther. Und jetzt halt dich bitte fest. Hup, los geht's. Auf, auf. In die Welt hinein. Na, 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 to the paradise city. Da, 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 oh, yeah. Take me down to the paradise city because I'm half dead. Der lebt noch. Der fährt doch noch. Wieso eigentlich jetzt nicht mehr? Ging doch wohin. Wohin ging das Level noch? Ich hab's kaputt gemacht. Hui, rückwärts, Salto. Ja, komm. Vorsicht. Oh, oh, das könnte unangenehme Folgen haben. Rob dich mal nach vorne. Und jetzt halt dich mit fest. Halt dich für... Aua. Halt dich fest. Du brauchst deine Arme nicht mehr. Vorsicht langsam. Tempo. Wuhu. Wuhu. Oh, ah. Uh, ich glaub, das hat ihm das Genick gebrochen. Schade. Also nochmal runter vom Poker-Stick. Und jetzt rolle rückwärts. Arschbombe mitten ins Auto. Wupp. Und jetzt festhalten. So. Was macht der denn da jetzt? Willst du mit deinem Arsch etwa die Klappe blockieren? Boah, so ein Arschloch, ey. So, jetzt geht's besser. Oh, er ist Asiate. Das wusste ich nicht. Au. Er ist echt Asiate. Cool. Das hatte ich gar nicht vermutet. Dass der Asiate ist. Er kommt locker an seine Füße. Ich kann das nicht. Kannst du das? Oh, mein Arschloch. Sei doch nicht mal so eine Pussy, Mann. Ob so, dass seine Beine noch. Das ist doch das wichtigste Körperteil. Hui. Ja, gewonnen. Yippie. Das ist ja ein cooles Level. Wuhu. Wuhu. Schön, dass er da auf jeden Fall noch ein bisschen Spaß hat mit dem Murmeln. Den Totenkopf-Murmeln. Ach, guck an. Wuhu. Ich glaub, jetzt ist er gestorben. Eine schweigige Minute für Pogoboy. Okay, das war's. Ähm. Exit to the menu. Was haben wir denn hier als nächstes? Was haben wir denn hier als nächstes? Komm schon. Give me something good. Give me something good. Hallo, Spiel. Hallo, hallo, hallo. Das Spiel hier. Ähm. Pokémon-Training hatten wir ja schon mal, war ja nicht so ein prickelnder Run. Sollen wir das nochmal versuchen? Sollen wir das nochmal versuchen? You are the Pokémon. Yeah. Nehmen wir die Dicke, nehmen wir wen, nehmen wir dann mal. Wir nehmen wieder, nehmen wir wieder Opa oder nehmen wir den Rollermann? Diesmal nehmen wir den Rollermann. Los, Rollermann, I choose you. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner von mir war. Ganz allein fang ich sie mir, ich kenne die Gefahr. Pokémon. Ich streife durch das ganze Land, ich suche weit und breit. Das Pokémon hat zu verstehen, was ihm diese Macht verleiht. Du verdammte Kacke. Und BOW! In your face. Beefcake. Oh, ihr blöden Leichenteile, Alter. Ja, ich schulter dann einfach mal so. Ne, das da. Oh nein, jetzt Chiglipuff. Ha, 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 ha. In your face. La, la, la. Gott, kann er rückwärts fahren? Dein blödes Bein blockiert ihn. Vorsicht, Chiglipuff. Kommt gar nicht raus heute. Ach so, er hat sich selber eingeschläfert. Aha. La, 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 la. La, la, la. La, scheiße, Mann. Alles tot. So, das ist halt nicht für ein Geräusch. Ich kann ja doch growlen. Aber nur unfreiwillig. Pika-chuuu. War sehr effektiv, Pikachu. Au! So geht's auch. Es ist Superman, er kann fliegen. Wuhu! Oh, da steckt ihm irgendwie ein Fuß in den, ähm, äh, empfindlicheren Regionen. Ja, wer trägt denn nicht gern ein Bein mit seinen Genitalien herum? Äh, geh mal runter. 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 Los, Günther. Jetzt reg dich mal ab hier. Äh, ich hab keine Beine. Scheiße, ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ah. Hey, wir sind mal weitergekommen. Äh, ach, hier geht die Wand auf. Okay. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Nein, das ist Beedo-Beer. Do not want. Too old. Final showdown. Ich hab Angst. Bing. Dong. Ding. Felix Power. Oh, fuck this. Ah, ah, ah! Äh, äh, da ist ein Roller. Greif ihn. Los, schnapp ihn dir. Komm und schnapp ihn dir, Rollermann. Nee, doch nicht. Wir sind weitergekommen. Es ist mit dem Rollermann besser. Los, Günther. Günther. Güntirox. Das ist jetzt ein neues Pokémon. Das heißt Güntirox. Pika. Pikachu. Pika, Pika. Pikachu. Pika, Pika. Also das mit dem Bein braucht er nicht, haben wir schon festgestellt. In your face. Ah. Wie er auch guckt, so richtig glücklich. Masholo, Mashok, Mashomai, ach, wie auch immer. Jigglypuff. Ha, 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 ha. Pumaloo. La, 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 la. Pumaloo. Kannst du dich rumdrehen, dann kannst du wieder... Oh, oh, das wird nix. Ein wunderschönes Konstrukt übrigens. Ha, ha, ha. Wenn du mutlos bist, total verwirrt. Wenn du alles verlierst und die Angst dich besiegt. Dann vertrau einem Freund, der stark genug ist. Und dem Lied, das dich führt, tief ins Herz von Pumaloo. Magische Kräfte, wenn die Nacht kommt. Steht der Mondberg so stumm. Sing das Lied. Leise. Sing das Lied. Ha, 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 ha. Pumaloo. Pumaloo. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Rückwärtsgang, Rückwärtsgang. So, und jetzt 3, 2, 1, Self-Destruction. Iiiiih, gib mal weg. Äh, ist das eklig. Eww, so viele Leichen, da, juhu. Gib mal weg, ihr Bremser. Alles, Bremser. Verdammt, haut ab. Los, blöden Bremser. Also, ohne Beine fährt der echt besser, muss ich ja sagen. Ich bin schwer begeistert, schnell weg vom Pädobär. Er sich doch noch entscheidet, den Günther zu befummeln. Günther ist ja schon fetter mit seinem kleinen Geschäftsmensch, Bäuchlein. Oh, oh, rückwärts, 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 rückwärts. Jetzt fahr rückwärts, Günther. Oh, löse. Nein, Günther, was machst du da? Ah, es ist Balance, Günther. Team Stones, time to play. I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them as my retails, to train them as my course. Yeah. Cool, wir haben Pokémon geschafft. Dann würde ich sagen, belastend ist bei diesem Part mit Pikachu und Jigglypuff und Machu Mai und Pipapo. Hast du nicht gesehen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder ist. Aua, verdammt, my leg. Aua, verdammt, my leg. Ah! Konex! Vielen Dank.